Forever zusammen, ich halte mich im Arm, Sonnenuntergang, und wir gehen heut Nacht ein Einhornfang zusammen, ich halte mich im Arm. Wir hatten die Wärme Italiens hinter uns gelassen, um uns dem Charme der verschneiten Wälder Thüringens hinzugeben. Es war das erste Mal, dass ich von zu Hause fortging und schreckliches Heimweh plagte mich. Was hatte Viktoria nur dazu gebracht, eine solche Herausforderung anzunehmen? Das haben wir schon gehört beim letzten Mal. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Wetterkampf. Ja, damit herzlich willkommen zur nächsten Folge, und willkommen in Deutschland, in Thüringen. In Thüringen. In Thüringen. Wir kämpfen gegen die deutsche Reichspferdsarmee. Jetzt machen wir die Noten gleich. Die Noten gleich? Die Noten gleich. Was müssen wir denn noch räuschen? Sechs, sieben, sieben, sieben. Ist ja kein Problem. Ja, dann erst mal in die Bibliothek. Was denn? Oh Gott. Sorry. Wieso Bibliothek eigentlich? Ja, wenn wir neue Figuren für die Dressur lernen. Willst du gleich Dressage machen? Ja, hau rein. Dann machen wir gleich wieder die Schlimmen alle am Anfang, oder? Macht dann gleich Pflege, ich wollte gerade sagen. Oh ja, Gott. Gleich zweimal? Nein, das ist doof. Können wir... Nein, geht nicht. Nein? Die ganze Woche schon machen? Also, was? Können wir nicht schon die ganze Woche machen? Was die ganze Woche machen? Die ganze Woche. Das wir jetzt schon den nächsten Tag auch planen. Nein, das geht nicht. Ha. Ähm... Gibt es in Deutschland andere Klamotten? Wahrscheinlich schon, oder? Nee. Weiß ich nicht. Was? Weiß ich nicht. Ich bin gerade verwirrt. Wieso bist du verwirrt? Weil du gerade das machen wolltest. Oh, guck mal, wie schön das in Deutschland ist. Mit dem Weihnachtsbaum. Ach, das ist die Bibliothek. Ja. Das ist auch eine Steheranlage. Naja. Aber die können wir nicht benutzen. Gott, die komischen blauen Haare. Die blauen Haare sind der Hammer. Aber sie läuft ein bisschen humpelig. Guck mal dahinter zu der Bibliothek. Schau, wie sie humpelt. Ja, sie humpelt da ja wieder. Oh, what the fuck? Wieso kann ich da überall hin? Das ist auch so gleichzeitig der Gemeinschaftsraum. Ach so. Dann gucken wir mal. Was haben wir da gesagt? Das ABC des Rydens. Ah ja. Oh. Fliegen der Galoppwechsel. Sofort lesen und notieren. Lesen und notieren. Der Fliegen der Galoppwechsel ermöglicht es, dem Galopp in einer Schwiebefasse umzukehren. Kennen wir schon. Der versammelte Galopp. Der versammelte Galopp. Beim versammelten Galopp verkürzen sich die Galoppsprünge. Der Hals hebt sich und bildet einen Bogen. Und der starke Galopp notieren. Und das war's. Was ist Gesundheit? Gesundheit können wir noch, nee, haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch 15 Minuten zum Lesezeit. Aber dieses Buch braucht mindestens 30. Ja, dann nächstes Mal. Was für ein asoziales Buch. Gehen wir morgen oder übermorgen. Wenn es so lange braucht zum Lesen. Guck mal, davor. Wovor? Davor. Da kann ich da rausschauen. Oder wohin? Was meinst du mit davor? Ja, davor. Geradeaus. Ich kann nicht schnell laufen hier. Genau, guck. Oh. Oh, das ist Germany. Die Landschaft von Düringen. Guck mal, das ist der Reichskanzleitisch. Da hat der Führer seine Reden geschrieben. Und damit meine ich Viktoria. Viktoria. Führerin Viktoria. Also dann haben wir jetzt gelesen. Dann können wir wieder Escape machen. Ja, du willst immer stressen, ne? Du willst immer Escape stressen. Ich gehe sonst immer aus dem Raum. Ja, ich mache halt. Escape stressen machst du. Escape stressen. Dressur. Dressur gleich mal dein... Du musst da hin. Ich will, ich will. Ja, dann kann ich aber nicht strong drücken. Du kannst strong. Oh, wir sind in der Halle. Thüringer Dressur. Die Dressurhalle Thüringen. Viktoria, äh, Flora, die Reiterin, bereitet sich auf ihren Dressur in der Thüringer Dressurhalle vor. Ja, sie hält und sie grüßt. Oh, ich bin die Beste. Momentan ist sie noch die Beste. Aber das ist noch nicht schwer. Sind auch die Ersten. Ja, die Figuren. Sie nimmt sie bravourös. Strong. Strong mit drei Sternchen. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Das Pferd läuft eine Kurve. Wir haben bislang noch kein deutsches Pferd gesehen, dass diese Kurve so gut raten kann. Schön, dass wir Italiener im Hause haben. Vielleicht haben sie auch die eine oder andere Pizza oder Pasta mitgebracht. Bei uns gibt es immer nur Knödel. Schweinebraten. Und Schweinebraten mit Soße. Und Kraut natürlich. Blaukraut. Bratwurst. Bratwurst. Und, äh, Kohl. Kohl. Nicht zu verwechseln mit dem Altkanzler Helmut Kohl. Aber der spielt wieder in einer anderen Zeit. Sehr schön stimmig. Ist auch die rote Schabracke. Auf dem Rücken des Pferdes. Eine, was ist das? Ein englisches Vollblut. Das sehen wir zwar in Deutschland nicht so gern, aber... Auch hier hat der Brite seine Wurzeln hinterlassen. Seine Wurzeln hinterlassen. Sehr gut. Die Figuren werden bravourös. Oha. Da hat sie gepatzt. Ein Eklat. Das nächste Mal wollen wir eine bessere Figur sehen. Hier in der Thüringer Reitsporthalle zum Thüringer Hof. Jetzt werde ich zerbombt. Da habe ich aus Versehen... Ab dem versammelten Trab fliegen die ersten Granaten. Links, rechts, rechts. Normalerweise wird in der Thüringer Sportarena nur rechts herum geritten. Wir machen diesmal eine Ausnahme, weil es ja Briten sind. Und die fallen ja bekanntlich auf der linken Straßenseite. Oh, meine Gesichtsmuskeln tun weh vom Lachen. Was für ein verrücktes Volk. So verrückt. Wir sehen das englische Sportpferd hochkonzentriert mit ihrer Reiterin Flora. Was für ein eigenartiger Name. Ist ja auch Italiener. Florentina. Kommt es daher? Florenta, Florentina. Unsere Frauen heißen immer Petra. Ursula. Ursula. Und Mathilde. Hildegard. Oder Hildegard. Der Herbert. Richtig, aber das ist kein Frauenname. Deine Mutter Herbert. Oh Gott, ich muss lachen. Das Führers Mutter heißt Herbert und ist die stärkste im Knast. Nun dann. Weiter mit dem Rasur. Hier ist keine Zeit für Spaß. Hier wird gearbeitet. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Die Chür der italienischen Flora. Auf dem britischen Warmblutpferd. Vollblut. Englisches Vollblut. Englisches Vollblut. Verzeihung. Auch ein Stadionsprecher in Thüringen macht mal einen Fehler. Auch total doof, dass es ein englisches Vollblut ist. Das irgendwie. Also ich denke, englische Vollblut sind doch eher fürs Racen geeignet. Denkst du das? Ja, normalerweise schon. Soweit mein Wissen reicht. Die Kontrahentin denkt also, ihr Pferd wäre mehr für Rennen geeignet. Macht aber trotzdem Dressur. Ja. Eine Raunen geht durch die Menge. Warum macht sie denn Dressur, wenn ihr Pferd angeblich besser für Rennen geeignet ist? Ist sie sich zu fein für Rennen und Dressur? Vielleicht ist es einfach. Dann macht sie drei Punkte. Ich hätte sie einfach nur so ausgewählt. Die einzigen drei Sterne, die ich heute gesehen habe, sind auf meiner Uniform. Lenker und rechte Schulter. Strong. Sehr gut. Drei Punkte für Strong. Wenn wir so weitergehen, kann ich nicht mehr reden. Wir sind ja gleich fertig. Wir müssen nur lachen. Nur lachen. Mitteltrab. Linksherum wird geduldet. Weil das, wie gesagt, eben Ausländer sind. Du bist die Beste. Ah. Der Italiener grüßt zum Abschluss. Und das englische Vollblut steht stolz in unserer deutschen Arena. Wir sind schön, dass wir diese Gäste empfangen durften. Bis zum nächsten Mal. Zurück ins Rundfunkhaus. So waren die früher wirklich. Ja. Ich glaube, ich werde damals immer abgekackt vor Lachen. Ja, ich musste mal so alte Fußballspiele anschauen, wie die moderiert sind. Total toll. Beginnen. Super lustig. Gleich mal Pflege. Gleich mal auf die Weide und abchecken wegen dem Wetter. Oh, das kann doch gut sein. Haben wir Harald auch dabei, unserem Pfleger? Der Harald? Ach so, der deutsche Harald. Der deutsche Harald. Gehen Sie mal auf. Nein. Nein. Weide. Weide. Und jetzt hat es geguckt. Oh, ganz schnell weg, ne? Nein, du kannst es drauf lassen. Ach, das ist gutes Wetter. Ja, also schneid doch nichts und es ist kein Regen. Oh, guck, wie es läuft. Und die Mietz, guck, da ist die Mietz. Boing, boing. Sie knallt ihren Kopf gegen den Pfahl. Ja, das randaliert halt ein bisschen. Ist noch so aufgedreht von der kranken Dressur gerade. Wieso wird das nicht mehr links des Herzdings? Du musst doch eigentlich voll werden, oder? Es kann voll werden. Es kann voll werden. Oh, jetzt läuft es aus dem Bild. Oh, da ist es wieder. Hi. Hey. Ja, komm, lass werden. Ja, ich lass von der Werten. So, dann kannst du spritzen oder putzen. Du musst es aber gar nicht machen, ne? Was? Wollen wir das mal ausprobieren mit diesem Überspringen von der Pflege? Wie, Überspringen? Ja, sodass wir es nicht, nicht den Ausmisten. Oh, ich weiß nicht, es gibt eine schlechte Note. Ja, aber wenn wir es trotzdem schaffen, oder machst du lieber die Ausmistung? Also, ich mach das immer gerne. Die Ausmistung. Also, ich mach das lieber gescheit. Drehen wir um das Pferd. Gescheit. Und sauber. Damit man eine gute Wertnote erhält. Eine Wertnote. Eine Wertmarke. Eine Wertmarke, damit man sich hier in den Einkäufläden neue Kleidung kaufen kann. Für Kreuzer. Endlich machen die Kreuzer Sinn. Deswegen, wir haben nur gespart auf Deutschland. Leute, spart lieber Kreuzer. Mit unseren scheiß italienischen Lieren können wir in Deutschland nichts anfangen. Das hört echt so. Da haben wir die richtig geilen Sachen. Mal gucken, was es da so gibt. In Deutschland? Ja. Guck mal. Guck mal. Das machst du echt toll. Guck mal. Echt toll. Guck mal, Konika. Das war jetzt aber nicht perfekt. Doch, es war super geil. Super geil. Ich mach das. Ich kann das nämlich schon. Schau, wie ich das kann. Der ganze Tisch wackelt noch. Da wackelt der ganze Tisch. Der ganze Stuhl. Der ganze Stuhl. Der ganze Tisch. Der ganze Boden. Der ganze Boden. Die ganze Welt. Erdbeben. Erdbeben in Thüringen. War leicht die Hofer-Potze. So häufig wie immer das Erdbeben in Thüringen. Zum Boden hin fällt gleich der Schmutz, weil ich gut die Hofe putze. Oh Gott, die Maus hat keine Verbindung. Oh Gott. Keine gute Strahlen hier in Deutschland. Oh Gott, es hat gerade voll aufgewirrt. Das ist der Herzparken ist voll leer. Hast du mich das Pferd jetzt? Ich wollte gerade sagen, was das tut. Aber der ist nicht leer, der ist nur dunkel. Ja, okay, weil es schwarz-braun ist, die Haselnussblut ist. Haselnussblut? Haselnussblut, ja. Du verwirrst mich. Nein, das ist Haselnussblut. Das ist vollkommen in Ordnung. Oh Gott, wie einfach alles bei dir wackelt. Hallo. I'm not a lady. So, willst du jetzt dann schleifen lassen? Du hast gesagt... Machen wir es so, wie Stefan und ich. Aber wo sind die Scheiße... Hast du gesagt... Hab ich gar nicht gesagt. Doch, du hast es genauso gesagt. Du hast gesagt... Oh, ich glaube es nicht. Der Harry ist böse. Das habe ich nie gesagt. Als ob ich dauernd so meckern würde. Nein, jammern. Ich jammer auch nicht. Nur weil ich eine gute Schülerin bin. Ich habe Angst, dass der Harry mich wieder verhaut. Dann kriege ich wieder nichts zu essen. Der Harry, der Harry, der kommt dann und sammelt die ganzen Kreuze ein und kauft sich dann davon selber rote Turnschuhe und so. So ein Sandwich. So ein Sandwich, genau. Der Harry in Marokko. Wie ein marokkanisches Eiersender. Harry hat auch ein geiles Leben. Der kann da frei wohnen, arbeitet halt da dann so nebenbei. Davon sehe ich nichts, dass er hier arbeitet. Er macht immer voll die gemeinen Durchsagen. Er macht dann gemeine Durchsagen und dann beschimpft der Schüler, dass sie dann die Pferde nicht pflegen. Genau. Und dann... Das ist ein typischer Lehrer eigentlich. Ja, und nichts zu tun. Oder so ein Hausmeister in der Schule. Ja, genau. Immer so rumlaufen. Äh, schon wieder alles kaputt gemacht. Scheiß Schüler. Aber nichts zu tun. Da kann ich dir eine lustige Geschichte aus meiner Schule mal erzählen. Und dann beim Pausenverkauf, dann stellen sie sich immer... Äh, stell dich mal ordentlich an. Ihr habt nicht so ein Gerangel. Darf ich dir deine lustige Geschichte aus meiner Schule mal erzählen? Ich weiß nicht, ob du das darfst. Aber du kannst es ja mal machen. Mal schauen, wie weit wir das damit gehen lassen können. Also ein Fenster war mal kaputt in der Schule. Echt? Und der Lehrer wollte, dass der Hausmeister es repariert. Wow. Und der Hausmeister hat gesagt, er repariert es nicht, weil er nicht... Er sieht es nicht ein, wenn der Lehrer es selber kaputt macht. Ja, wieso hat denn der Lehrer... Also unsere Hausmeister waren immer total komisch. Die waren... Wobei, die waren eigentlich schon immer nett. Hausmeister sind immer komisch. Ja, also wir hatten auf der... Wir hatten auch immer komische Hausmeister. Wir hatten auf der... Der erste Hausmeister, den ich... Also der zweite Hausmeister, den ich so getan hatte, auf der Realschule, glaube ich, war das. Die waren schon irgendwie lustig. Die haben nur immer... Aber man muss natürlich auch sagen, auch beim Pausenverkauf. Und es gab nur zwei und da gab es immer die geilen Wurstzimmeln. Und die Kinder, die haben sich natürlich auch angestellt, wie die letzten Cousaren, weißt du? Ja. Und dann haben sie nur geschimpft, äh, stellst du mal gescheit. Oh, aber müssen sie auch, weil sonst hören die ja nicht, weil... Ja, ja, klar. Die sind ja einfach nur... Klar, macht ja nur Sinn. Oh, ich will das nicht alles so verteilen. Jetzt machen wir das hier so lachifari, bitte. Ja, geht schneller. Und ich kriege genau dieselbe gute Wertung. Müsst gleich sehen. Ich glaube, du kriegst eine 8 oder eine 7. Ich kriege überhaupt keine 8. Eine 7 oder eine 8. Ja, ja. Ich krieg eine 9. Eine 9? Ja, oder eine 10. 10 out of 10. Na, 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 10 kriegst du eine 0. Eine 10 krieg ich nicht. No. Aber sowas, wie ich von eine 10 kriege. Wie kann ich denn keine 10 kriegen? Das ist... Schau mal, wie du arbeitest. Ich hab doch alles gemacht. Was heißt, schau mal, wie ich arbeite. Guck mal, der Harry wird's niemals so hinschmeißen. Der Harry wird... Das ganz... Der Harry, der hat doch keine Ahnung. Und? Und? Ja, was? Lassen Sie mal werten. Ja, verlassen. Aha, lassen Sie mal werten. Aha, eine 9,1 sogar. Aha! Aha! Mucho, mucho grande. De esta la... Niveau des Pferdes. Oh, eh? 4,7. I'm sorry. Und im Spielstand wurde gespeichert. Wer springt? Soll ich, willst du springen mal? Na, ich lauf. Okay. Aber es geht sonst hier nicht von der Aufteilung her. Oder willst du? Na, okay, go. Sind wir wieder in der deutschen Vierter Nationalsporthalle? In der Vierter? In der Vierter Nationalsporthalle. In der Vierter Frankenhalle. Wir sind nicht in Vö... Guten Tag zusammen hier in der Vierter Frankenhalle. Wir sind ja in Vö... Das Pferd hobbelt so gemütlich über den Parcours. Um den danach in den... Versuchst du gerade Frängisch zu machen? Ja, Frängisch halt. Ich wusste nicht. Spring! Tja, gut. Gott, aber das war voll. Das war ja halt... Es war erstens im blauen Balken. Ja. Und es war grün. Ja, das macht nicht so viel Sinn eigentlich, ne? Ja. Beschiss! Ja, das war, weil du... Du bist voll auf die Fresse geflogen. Ja, und weil du ein bisschen nicht so gut... Weil du so schlecht gesprungen bist. Nein, weil du nicht so gut... Spring! Weil du nicht so gut angericht... Wieso reißt der? Das ist so eine Scheiße. Das war, glaube ich, wegen den Balken diesmal wieder. Ich verstehe das nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Guck mal, wie schlecht wir jetzt schon wieder sind. Ja, du. Nicht wir. Willst du mich verscheißern? Verscheißern? Ich glaube, es hakt. Wo hakt... Fuck. Oh, 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 oh. Dafür kriegst du den mit Bullet-Time-Move. Das müsste nur noch auf dich geschossen werden. Dann wärst du richtig cool. Richtig Matrix. Richtig Matrix. Aber wenigstens liegen wir relativ gut in der Zeit. Ja, toll. Aber es bringt nichts gegen den Scheißpunkten. Sag mal, starte und spring. Ja, neuer Pa... Oh nein, warum? Hast du das gesehen? Ja, es war grün und wieder rot. Das ist schon klar. Das ist so assi. Und das habe ich die ganze Zeit gesagt und nie glaubst du mir. Ich glaube dir das schon. Doch, das glaube ich dir voll. Ich kenne diese Probleme bei Abendshoffen. Wow, und das war rot und das war M817. Man versteht das nicht. Man versteht das nicht. Scheiße, wir haben über die... Oh nein, wir sind über die Ziellinie gesprungen und das Pferd voll in die Abkänze rein. Alter, wir waren so schlecht. Oh, 7,5 ist... Ja, okay, wir machen nochmal. Wir machen nochmal, yeah. Das Spielstand wurde gespeichert. Ich habe bald null auf die Uhr geschaut. Meinst du, ist es schon wieder so weit? Ja, eine Viertelstunde ist schon vorbei. Eine Dreiviertelstunde ist schon vorbei? Ich habe gesagt, eine Viertelstunde. Was? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Dreiviertelstunde. Tschüss.